Ich kann mal was gucken, ob mein E-Mails reingekommen ist. Äh, nö. Oh, ja, Tobi, warte. Eieiei, Tobi, ganz ruhig, mein Lieber. Ich glaube nicht, dass die weg sind. Äh, Yoshi, ich glaube nicht, dass die weg sind. Äh, Tanks aber nicht. Jetzt möchte ich mal besser switchen, ich bin noch weit weg. Ja, das haben wir mal erzählt, dass ich das nicht unterkriegen. Äh, klar, annehmen. Äh, was ist die Langenschaft? Bis zum nächsten Mal. Ja, also ich glaube jetzt nicht, also, das glaube ich nicht, dass die weg sind. Ich kann mal kurz hier nachschauen. Ähm, mal gucken. Was passiert, wenn ich jetzt hier nachschau, ob da irgendwas drin steht? Ähm. Au, 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 sorry. Da ist doch was angekommen. Hä, das steht nur hier nicht drin. Warum auch immer. Okay, sorry, ist doch angekommen. Es stand nur nicht in Events drin, aber es steht da bei den Donations drin. Äh, nämlich mit Paysafecard. Und, äh, der gute Tanks hat geschrieben, eine gute Tat am Tag muss man halt mal machen. Vielen Dank für den Euro. Tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen Angst gemacht habe damit. Es war nicht gewollt gewesen. Äh, aber es ist angekommen. Ist doch angekommen. Tut mir leid. Alles gut. Ja, ist ja angekommen. Es steht nur nicht in meiner Event-Timelist drin, warum auch immer. Äh, aber steht in der Donations-Transferliste drin. Und von daher gehe ich mal aus, dass es angekommen ist, ja. Aber warum ist jetzt die Event-Liste nicht drin? Ah, ich weiß bestimmt, warum es nicht drin steht. Warte, ich kann es glaube ich erklären, weil, warte. Wenn ich jetzt nämlich das hier anmache, warte, wir machen mal kurz was an. Ich hoffe, wenn ich das hier anmache. Passiert da was mit? Nö, passiert auch nichts mit. Schade, ich habe es auch nicht. Oh. Ah, gut. Das hätte das sein können. Okay, das ist halt nicht. Äh, ne, kann ich da nicht erklären. Also es ist ja heute auch so, äh, wir machen ja ein Live-Display und, äh, 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 und da ist es halt so, dass ich halt diese ganzen Layouts halt weg habe. Äh, das heißt, es wird nicht angezeigt, aber du stehst halt wieder in der Liste drin ab dem nächsten Stream und dann wieder die, die, äh, die, die, die Bar oben anzeigen. Äh, genau, der Grüne Balken halt. Und heute halt nicht, weil ich halt das mit für YouTube aufnehme und das stört so ein Grüne Balken, leider. Man kann leider nicht entscheiden, noch nicht bei OBS entscheiden, äh, was man aufnehmen möchte, welche Szene. Äh, und von daher muss ich halt leider so obligatorisch halt weg. Äh, aber kurz, dass ich in der Wettliste so entstehe, das ist wirklich sehr, sehr komisch. Ihr könnt den Twitter-Post wieder vergessen, das ist richtig. Äh, wenn man Twitter-Post machen, komm, ich mal gleich mal auf Twitter-Post noch. Äh, komm, man erst mal aber noch. Reifen im Ozeangalaxie hier, die, 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 die eine Mission. Also ich konstatiere, der ist nicht drinsteht, aber der kam wirklich an, aber irgendwie konstatieren, der ist drinsteht. Ich bin orange als Trump. Genau, warte mal, ich gucke mal kurz. Äh, äh, äh. Was denn nach? Geh gleich weiter, geh gleich weiter. Da freuen uns die YouTuber heute wieder. Wir laden schon mal die Mission. Lasst uns hier selber schnell suchen. Ach, das war die lange Mission. Äh. Und diese lange Mission. Och nö, das war die lange Mission. Ach, jetzt steht es ja auch. Vor sieben Minuten. Ja, warum steht es so ein Dings nicht drin? Das ergibt keinen Sinn. Ha. Wer weiß, wer weiß. Ich habe es auf jeden Fall neu geladen. Jetzt steht es hier auch drin. Also, alles andere. Ich kann die Folge ja nennen. Eine gute Tat in den Tag. Eine gute Tat am Tag. Na, mal gucken. Mal gucken, was wir machen. Das war jetzt eine lange Mission, ne? Hehe. Na gut. So. Jeder im Reif von der Sitzern sucht einen Silberstern. Ja, cool. Äh, mach ich auch so einen Twitter-Post. Aber wenn ich jetzt einen Twitter-Post mache, dann dauert das. Ach, ich lasse das jetzt erstmal. Vielleicht gleich oder später. So, machen wir mal gucken. So, gerade ja. Bei der Bienen haben wir heute drei Summen. Sprechen. Wenn du dein Sichtfeld ändern willst, drücke. Wenn du es nicht ändern kannst, dann töte ein Brummengeräusch. So wird es im Stamm der Honigbiene überliefert. Okay, alles klar. Okay, hier haben wir auch nichts. Gut. Okay, was hast du noch? Was hast du, was hast du? Nee, ich habe das mir komplett abgesucht. Aber das war kein Silberstern zu finden. Und ich glaube auch ein Twitter-Post wird gar nicht so viel bringen. Ein Twitter-Post. Ja, weil ich habe gemerkt, ein Twitter bringt auch nicht viel. vielleicht 1,2 aber die sind auch nicht lange da ja ist genauso wie mit youtube ich habe auch gemerkt youtube bringt auch nichts naja also das war ja auch keine youtube ankündigung mehr oder ja mal gucken also bisher mache ich ja keine menge auf der wolke drauf wolke das ist immer noch das ist immer noch so einer der schönsten mission so ein bisschen die die galaxie sieht ich fahre mich gerade ob wir gerade diese diese mission machen soll über die geheimnisse machen sollten ich glaube es war die normale mission ich glaube ihr seht schon was die geheimnisse hiervon ist jetzt nicht hochgekommen ach biene so weit bei mir die besten knopperklärungen okay glaube ich ja wenn ich jetzt nicht genau weiß aber ich meine ich hätte etwas auf der spitze dieser riesen mangrove gesehen okay der riesen mangrove ist der neue bühne will die biene sein und welche bienenpels gar keine fühler komisch irgendwas stimmt nicht mit dieser mitte mit inseln der mitte kann nur machen einen spaß wenn du denn sie wow wow krass das heißt ja im gleiche video noch mal hierhin getan und hier ist der geheimstern naja ihr habt schon erkannt meine liebe kanone die kanon fertig gemacht ist da toll hast du ein stern teile ich bestellte lassen ganz viele mich davon essen lalalalalala hey du da gibt ein paar städte wenn ich vierzehste verwandle ich mich die haben wir schon fast aber die machen wir nicht die spüren wir beim nächsten mal noch bleibst du erstmal dünn mein lieber vielleicht könnt ihr ein bisschen geht auch mal gut tun ich weiß ja nicht haben wir jetzt wollen wir da versuchen mit bienen kostüm ranzukommen ob wir brauchen gar nicht ich versuche es trotzdem mal und geglückt sehr schön was haben wir hier ist ein koopa und hier war noch irgendwo ein silberstern sieht toll aus luigi mal etwas genau ich brauchte den koopa und da war ein silberstern drin gewesen ich dachte da oben war einer verwandelung ja genau komm her dankeschön koopa ich kann ihn nicht tragen ne oh wow ich kann ihn nicht tragen wieso kann ich ihn als biese nicht tragen dann tötet er mich mal kurz oder irgendwo so perfekt und dann komm mal mit hier warum kann ich dich nicht als biene tragen das ist ein bisschen komisch aber ok und bam ah ich war ne schnellsteil drin ach verdammt ich hab mich reinlegen lassen da ist doch hier oben gewesen jetzt kommt schon dankeschön beispielsweise um mich zu bewegen drücke steuerkolle symbol was steuerkolle ist keine ahnung aber irgendwann daraus macht wird schon wissen dass es ja lustig kommt habe über vom feld ist ja lustig so auf die palme hier ist ein spiel silberstern spoiler da oben sporten stern oha joshi spoilert schon wieder mann 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 der joshi gut haben wir okay da war nichts okay da war nichts bitte keine spoiler ja genau so hätten wir nichts genau weil hier muss man ziemlich weitergehen weil da einfach kein stern mehr ach der baum ja noch ist aus dem baum naja krimisch wie gebacken die ii und wie kommen wir nochmal hoch hier jetzt nochmal überall diese fiesen spinnen ist ein paar wäldchen ja 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 genau hier wunderbar und denn schon klar gemacht so von der idee her es ist eigentlich eine cool idee muss man schon sagen So, wir fangen hier die ganzen kleinen, lustigen Viecherchen und Spinnen. Können aber egal sein. Dipp, 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 dipp. Und dann ist der Selberstern. Da haben wir schon drei kleine, süße Silberlinge. Süß, die kleinen Sternchen. Und die können alle so zusammen spielen und so. So, ganz langsam runter. Kamera, Kamera. Wo sind wir hier? Kamera, okay, hier sind wir. So, einmal drehen. Ah, da kommt wieder auf Wasser raus. Ja, logisch, Leute, so funktioniert Wasser. Genau so funktioniert Wasser und nicht anders. Wer in der Schule sagt, der lügt. Ich habe etwas gesehen. Total hoch auf den Palmenbaum. Okay, haben wir schon. Mit dieser Sternchen solltest du mit einem Ersatz zum Kapitän gelangen. Also brauche ich das nicht. Das heißt, wir brauchen nur was zum Mittag. Aber dann fehlt noch mal ein Stern. War noch mal ein anderes Stern. Ach, wenn das war falsch rum. Ich muss da Wasser benutzen. Ich doofkopf. Ich doofkopf, diese Wasser benutze. Du, 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 bumm. Äh, nein, es ist mir nicht mehr gefallen. Es hat tappt. Ich habe Shit geschaut gehabt. Egal, komm, bewegt dich. Oh, bitte nicht raus springen. Bitte alles raus springen. Das ist wirklich sehr, 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 sehr uncool. So, komm, komm, komm. Ich will nur einmal ins Wasser da rein. Und springen hoch. Dankeschön. Und rein da. Wiii. Jupp. Hallo. Und jetzt, was auch immer weg. Logisch. Hallo, Stacheldinger. Hallo. Uh, du hast eine Münze. Du hast ein Leben. Das hätte ich gern, weil, warum nicht? Leben so toll. Dankeschön. Und du hast nur so normale Sternteile. Das ist jetzt nicht so spannend und dauert mir zu lange, als da ich die Sternteile so dringend bräuchte. Oh, jetzt mal so ein Dings. Ah, so ein unsichtbarer. Ja. Oh, geil. Wunderbeschön viele Sternteile. Jawohl. Und hier gibt es noch ein paar Noten. Genau. Und hier gibt es noch einen Ring. Müssen wir gleich nochmal merken. Einen Kreis aus Muscheln. Und noch ein Leben. Ja, ja, das hat ja, hat sich ja gelohnt. Naja. So, jetzt nochmal einmal kurz hier ein Dings machen. Genau, hier. Diesen Ring hier. Wunderbar. Und dann gehen wir mal hier zu diesem Silberstern hin. Hier haben wir noch ein Schild. Ein Sternring ist erschienen. Auch noch okay. Und hier haben wir noch ein Schild. Das Zuhause des Pinguinmeisters. Ach, hier lebt der alte Typ. Okay. Gehst du mal bitte weg hier? Geh mal weg hier. Hier lebst du also ohne Behausung. Bisschen einsam. Aber okay. Im Reifen, Lucian, ist ganz schön was los. Ist dort was vorgefallen? Ja, das ist eine gute Frage. Aber ja, wieso Silbersterne? Oh, da waren ganz viele Silbersterne. So, wir haben vier Silbersterne, die gerade nicht da sind. Jetzt sind sie wieder da. Und einer fehlt noch. Wo ihr sagt? Ich glaube, ich weiß, wo ist es. Wir haben ihn, glaube ich, auf dem Weg vergessen gehabt. Einmal, ja, glaube ich schon. Ja, dann müssen wir noch einmal oben lang. Ja, das haben wir vergessen. Äh, ne, da oben. Ah, mein Kapitän. Ah, okay, müssen wir da noch einmal hingehen. Machen wir mal kurz. Und natürlich, Team Milo, wunderschönen guten Abend. Fisch ist hier. Luigi ist mitten im Leben. Oh, Mann. Und jetzt, ihr wollt schon wieder spoilern. Hat es aber falsch gespoiert. Er dachte, letztens war in der Höhle im Wasser. Aber nein, das ist keiner. Weil dieses Arial komplett für die Mission ausgelassen wird. Wissigerweise. Also, ich finde die Galaxie ist schon gemacht, aber halt irgendwie wenig gestaltet. Also, dafür halt so ein paar Sachen. Hm, naja. So, einmal hier hoch. Und dann wollen wir zum Schwarzloch schießen. Oder lieber da, ich glaube, da hat es besser. Naja, da kann man gar nicht machen. Und, äh, Bäm. Und da ist auch schon der Silberstern. Und damit sind die fünf Brüder zusammen. Nun können wir da eine Party schmeißen mit ihren Freunden. Oder mit dem großen Bruder, den goldenen Stern. Ja. Cool. Und, bringt er mich nach? Da bin ich leider nicht am Start. Schade. Hätte er sein können. So, bringt mir auch nichts. Du hast den Kanone fertig. Freut mich für dich. Ja, das Ding war, die war ein wenig zurück. Ich glaube, schwimmen wir schneller. Aber egal, mach schneller. Wie, mach schneller. Was soll das denn heißen? Ja, hallo. Ich bin eine alte Biene, die schon sehr viel weiß. Und da zwingen wir so ein junges Gemüse, mich schneller zu bewegen. Oh, wo sind wir denn da gelandet, ey? Okay, warte. Hi, hi, ho, ha, hi. Und das haben wir auch mit... Oh, schade, nicht ganz geschaffen. Ich bin im Anzug. Aber egal. Der Stern ist unser. Die lebt. Sternen halten. Wunderbar. Du, 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 du. Reif uns, ja, Galaxie, lasst uns die selber stelle, so, und neue Bestimmungserrechte, damit zurückgebringt, und speichern. Das lustige ist, wir sind ja echt schon fast wieder fertig mit dem Spiel. Lustigerweise. Aber das Schlimmste kommt noch. Ja, naja. So, hohe, sauber, grüßt ihr uns hier den Geheimstern. Ist ja auch nie so viel. Lasst uns die selber stelle suchen. Wir brauchen einmal 40 Sternteile für den verfressenen, dicken Luma. Ja, also er ist noch nicht dick, aber wir werden ihn dick machen. Wir werden ihn dick, reich machen. In Form von Essen. Ja. Ja, gut, er gibt uns die Gegenleistung, er wird zu einem Planeten, ne, aber, naja. Können auch ein bisschen mehr sein, ne. Ey, wie viele eigene Projekte, äh, Projekte, weiß ich schon, weil die Tunic jetzt noch ein Projekt gepostet hat im Chat. Ey, wie viele Sternteile man hier bekommt. Taduki, wie kommst du auf dieses Spiel? Warum das gerade? Ich verstehe es nicht. Ah, wir brauchen 40 Sternteile, ne? Wir brauchen dann noch ein paar mehr. Na, wir gehen ganz reichen. Ja, machen wir hier noch mal ein paar. Vielleicht 10 gibt das hier so, ne? Ja, 24. Gut. Das Biene, da ist nie gesehen, da müssen wir doch noch mal ein bisschen schwimmen. Auch nehmen wir die von hier aus, also so ein bisschen. Äh, ja, 3 fehlen noch. Komm schon, 3. Sind die 3 grad böse, so ein bisschen gleich weg. Ähm, sind da noch welche drauf? Ne, da auch nicht mehr. Äh, na gut. Von mir aus. Dann gehen wir halt noch mal ein bisschen näher ran da. So, da, da, da. Und dann habe ich meine 3. Wunderbar. Sehr schön. Ah, das Spiel derzeit zur Zeit. Derzeit kommt es aus zu spielen. Ah, Tanuk, jetzt hat es auch verstanden. So, so macht es wieder einen Spaß. So. Hallo. Willst du dick werden? Ich habe da was für dich. Ich habe da eine schöne japanische Speise. Äh. Die ich dir gerne verabreiche. Ja, komm. Komm, komm. Guck mal, wie dick auf einmal geworden ist. Plopp. 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 So, jetzt gehe ich, ne? Ciao. Ich lasse dich jetzt so dick. Der sieht so putzig aus, ey. Ah, ist ja putzig. Ah, der ist so putzig. Ich mag ihn. Plopp. 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 Einmal dann erst mal vor er fett wird. Und. Oh, da war er daneben? Egal. Einmal muss es so dringend bleiben, sonst geht er nicht. Das heißt, der Letzte muss sitzen. Okay, das war der Letzte muss natürlich sitzen. Und wir haben ihn gefüttert. Sehr schön. Na, das war, das war, das war. Das wollen wir mal loslegen. Verwandeln. Und einer der Planet wurde geboren. Sehr schön. Und wie kommen wir dahin? Du hast gar keinen Sternlautcher gemacht. Na, egal. Wir haben hier diese wunderschöne Kanone. Und dann pusten wir uns halt dahin. Los geht's. Und dieser Planet kommt uns bekannt vor. Und wir wissen genau, was wir machen müssen. Nämlich Noten einsammeln. Aber genau in der richtigen Reihenfolge ist das lustiger. Ja, und zwar sind diesmal auf jeden Fall Noten drauf. Und die müssen halt auch allein gesammelt werden. Ja. Ja, und man hat noch Zeit. Ich höre mal auch ein bisschen mit die Uhr unterticken. Aber eigentlich, wenn man einen Weg geht, dann kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Glaube ich. Meine ich. Ja, schon. Tü, 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 tü. So, hier rüber. Tü, 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 tü. Dann hier so ein bisschen rüber gehen. Bum, 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 bum. Okay. Bisschen komisch mit der Perspektive. Aber geht. Und es war ein Fehler jetzt gewesen. Das war jetzt ein dober Fehler. Da, ja, da war ich ein bisschen doof jetzt. Ich bin kumalow, komilow, aber Gott schießt. Ja, das stimmt. Die wollte auch mal nur fressen haben. Und haben gekackt wie sonst. Gut. Und, ah. Also, das war versucht. Eins gerade und das war schon mal schlecht, da ich halt eine Note nicht bekommen habe. Das ist noch schlechter. Ich brauche nämlich die Note. Jetzt habe ich sie auch. Na, meinet was. Äh, machen wir mal so. Warte, stopp. Jetzt machen wir erstmal wieder nach dem Luster. Tö, 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 tö. Okay, machen wir hier weiter. Tö, 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 tö. Dann hier weiter. Tö, 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 tö. Dann hier weiter. Dann da weiter. Tö, 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 tö. Und wir machen hier. Ja, nicht weiter. Schade, ich war schon unter den Dings gewesen. Geht es fast nicht Uhr? Nee, geht heute länger. Ja, wir haben heute Freitag, Leute. Wir haben heute noch. Oh, wir haben auch viel Zeit, Leute, meine Damen und Herren. Nee, 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 nee. Wir haben heute angefangen. Also heute wird schon länger. Ne, zwei, drei Stunden. Super Mario GX hier. Und wenn ich dann auch noch Lust habe, vielleicht noch mal dann los. Geil, hallo. Mal gucken. Wie meine Laune da drin ist. Da schießen wir uns hin. Oh, da waren wir ein bisschen schlecht geschossen. Ne, machen wir mal so. Mal gucken, wie das jetzt wird. Da, 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 da. Ah, hier ist halt so eine gute Methode, die ich hier mache. Also das Hufschwäcker, kann ich gar nicht sein. War halt nur so ein paar andere kleinere Fehler. Ah, da gehen wir schon hin hier noch. Dann der hier. Er hier, er hier, er hier. Und hier rüber. Und da rüber. Und weiter, weiter, weiter. Und jetzt habe ich nichts mehr. Doch, ich hätte noch was gehabt. Schade, okay. Hol dir die Biene. Versuche nicht zu springen. Stimmt. Das ist richtig. Nein, das will ich natürlich nicht, Saluki. Aber irgendwie geht das schon so, ne? Hat mir das gerade uns ausgeschossen? Kann das sein? Ja, das habe ich fast geschafft. Also ich gebe dir so eine Methode hier. Aber ich weiß gerade auch nicht, wie es funktioniert. Versuche mir wirklich zu springen, das ist mir klar. Aber kann ich mit Springer noch mal viel erreichen an der Reichweite. Du, 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 du. So, gehen wir mal hier hin. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Machen wir mal so rum, vielleicht ist das besser. Ich glaube, so ist es jetzt, glaube ich, ganz am besten hier. Dann geht es hier weiter. Hier, 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 hier. Dann müssen wir hier hin. Und dann haben wir es auch schon gleich. Fast. Da ist es. Da ist das Finale. Die letzten sechs Platten. Und we did it. Uh. Und das schwarze Loch ist weg. Wurde ausgetauscht gegen den Stern. Logisch. So, jetzt müssen wir uns nur noch runterfallen lassen. Zum Stern. Ob man da daneben fallen kann, ich glaube ja nicht. Weil die Anziehung ja so gebündelt ist. In diesen, äh, Kreis. Im Planeten. Der Luki, nein, das spielen wir auch nicht. Keine Euro-Spiele. Oh, Mann. So. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Vom Gumeluma. Vom Gumeluma. D, 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 d. D, 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 d